Da haben wir den Fußballplatz, da haben wir so Tischtennis, was man so macht, dann hier hinten Bogen schießen, das ist ganz hinten, und hier oben haben wir dann die Tennisanlagen, das ist der höchste Punkt von der ganzen Anlage, und da gehen wir jetzt mal hoch. Hier der Wellnessbereich, und hinter dem Wellnessbereich direkt die Rezeption.